Mama, ich mag nie wieder ohne Herrn Papa in der Gasse fahren und zwei Nächte oder so eine Nacht bleiben. Warum? Ich mag das nicht ohne Herrn Papa. Wieso? Weil? In der Gasse brauchst du nicht. Weil ich mag nur mit dem Papa zusammen sein. Also in Österreich meinst du? Ja. Wieso? 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 Was ist das hier? Wieso? Wieso? Wir haben sie hier mit einem kleinen Kaui gelieft. Schaut etwas. Ich habe keine Arbeit. Fotografiert das? Ja, habe ich. So, Papa hat schon gelernt von mir, hast du es gesehen? Ja. Bei dir kann ich was lernen, ja? Sicher. Kannst schon viel lernen. Feuer machen. Boah, ich sollte das übernommen. Ich muss das übernommen. Ich mache Papier, um das zu tun. Das brennt ja nie an! Wie viele Grad haben wir jetzt? Wie viele Grad? Wie viele Grad? Wie viele Grad? Wie viele? Nasa mga 8 Grad Celsius po kami ngayon. Tapos, 8 Grad Celsius ngayon sa amin, sa Austria yun. Sa Pilipinas naman, 26-30 Grad Celsius. Ganyan po kalamig sa amin. Die Steine, die Steine, die Steine! Das ist angekommen. Das ist etwas anderes. Lilly ist alles verraten. Die Steine. Wie viele Leute auf Hимся! Vielen Dank.